Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Overwatch Joa, letztes Mal, ja okay, es kommen noch gar nicht so viele Kommentare, aber der vom letzten Mal, der war ja einigermaßen, naja, war nichts Besonderes dabei Schauen wir mal, wie es diesmal wird, mal was interessanter ist, vielleicht einen coolen Smurf, einen coolen Moves, vielleicht auch wirklich einen Raidchecker oder ein Speedboy wäre mal witzig This Aspect, Runde 21, 11 zu 9 für die Terrors, This Aspect hat, oh, Maple ist down This Aspect hat, 17, 15, ist der dritte in seinem Team, hat er jetzt angemacht, oh, schöner Headshot, wirklich Hat sich die P90 vom Gegner gekrallt, aber die Terrors sind schon allang Eine geht zurück zum T-Spawn, hat er was vergessen? Geh, er schaut kurz so oben hoch Letzter mit der P90 auf kurz, ja, finde ich eher ungünstig Nein, ist er mit dem Barrister, er zieht sich gerade zurück, das war jetzt, das könnte jetzt einfach bis Timeland gewesen sein Moment Der hat doch gerade keinen Step gemacht, warum? Ich hätte es ja verstanden, wer einen Step gemacht hat und sich deswegen, oder hat er davor einen Step gemacht? Ich habe jetzt da nicht ganz aufgepasst Schauen wir mal uns Aua An, das hat er nicht geschossen, okay Der Maple ist gut und der Awe, größeres Gefühl Es ist angesagt, aber er bleibt noch da Und aimt Cutters ab Der gerade vorschleicht Da ist er, zack Hmm Gut Einer ist gelieft beim CT Team, oder ist er inzwischen wieder da? Ne, der ist Affirmative Flashback Flashback Nicht zurückgekommen Er hat jetzt einen Bot Mabel mit Awe wieder Mabel mit Awe wieder Wollt er nicht schießen? Okay Okay Machen wir mal ab Okay, der war auch einfach Okay, die beiden Schüsse waren möglich, aber mir war das irgendwie zu selbstsicher Ja, so diese kurzen Ja, hm Okay, die standen relativ Na gut Was macht denn der Bot da? Renn mit dem brennenden Molly Mit der Raus Okay, diesmal hat er nicht, ich dachte nicht B Cutters Hm Ich hab irgendwie noch keine Meinung zu dem Ich weiß dann Weder das eine noch das andere Jeder hat mir jetzt gehört Aber ist sowieso down Und die Bombe liegt in der Mitte down Einer schaut weh, einer ist akurs Jetzt wird es sehr interessant Jetzt geht er in Double Zoom Akurs zieht sich gerade zurück Okay, jetzt hast du natürlich angekündigt Oh, der Maple, das ist der gute Aupa Von den Gegnern Okay, vermutet ihn rechts Oh, okay, kurz war auch Da, sprich, ich weiß schon mal, dass Mitte niemand ist Ja, dann muss er eigentlich fast rechts oben sein Oh, da, da Oh, der Maple Warum springt er da noch durch? Okay Okay Ah, 16c ist möglich Ist möglich Am diesmal gerade ist es egal Oh, die kann knappe Na, die geht sogar gerade noch rein Oh, ich dachte, es wird knapp Oh, oh, oh Hat er wieder nicht geschossen Was ist da los Oh Ah, Mitte kam bald, okay Ich dachte gerade Oder, war gerade Mitte? Ich habe gar nicht ganz aufgepasst Aber es sah so aus, als ob es da von hinten erschossen wurde 3a, eine Mitte, eine B Ist das normal? Vor allem keiner kurz Bei dem ganzen Stebakel hier Okay, dann hier auch so eine halbe Echo Hachschauen wir uns jetzt Fertise noch veranstalten Die müssen dann 14 Bombe hin Warum jetzt da Oh, shit, jetzt habe ich auf Molly geachtet Und nicht auf den Zebra, der da reinspringt Was macht ich jetzt? Bin jetzt gerade leicht verwirrt Was tut er denn da jetzt? Das war gerade leicht merkwürdig Was hat er denn da jetzt gesucht? Und sieht dies Also, egal Da lasse ich mich zu sehr von was anderem verwirren Der Rentsch hat mit gezogener Granat Er lief mit gezogener Granat Dann hat sie direkt Hat der eine schon einen Feindkontakt? Ja, ne, doch, hat der ja schon Okay, kann man trotzdem auch mit gezogener Granat Da hinlaufen Um sie direkt den Cutters rein zu werfen Okay, den Koffer hat man jetzt gesehen Sprich, es ist bekannt, dass da gerade einer close war Den konnte man jetzt aber nicht sehen Okay, jetzt hat man springen gehört Sprich, jetzt sollte ich wissen, dass da rechts gleich einer steht Wow, okay That reaction Hat er jetzt noch gemessen? Ich habe es gar nicht richtig gesehen Aber inzwischen, seit wir hier zuschauen Das ist der Suspekt auf den ersten Platz gestiegen Mit 32,19 Huch, da wird was getazelt Hä? Okay Griefing kriegt er auf jeden Fall mal rein Irgendwas wahr Das kriegt er auf jeden Fall mal den Griefer rein Das wurde auch deswegen reportet, weil Ähm Habt man den gerade sehen können? Ich hätte gesagt, nein Ja, okay, durch die 16-Tick-Demo könnte die Smog anders stehen Das war gerade leicht gruselig, die Nummer 2, die gerade auf Mitte stand Mitte stand So ein bisschen Slenderman-like Behind you Okay, der hat man natürlich gehört Unterstützt mir CS ab Das ist ja allerliebst Ähm, na gut, schreibt mir mal Stattdessen, jetzt hab ich mir gleich nochmal anschauen Ähm, schreibt mir mal in den Kommentaren, was eure Meinung ist Ich muss meine gleich später abgeben Nachdem ich Francisco wieder gestaltet habe Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Schmerz Tschüss Tschüss Schmerz Vielen Dank.